Guten Abend miteinander. Reine Schurwulen kann wegen ihrer starken Kräuselung sehr viel isolierende Luft aufnehmen und je nach Klima, Feuchtigkeit speichern oder abgeben. Es findet also ein ständiger Temperaturausgleich statt, der dafür sorgt, dass man nicht nur modisch angezogen ist, sondern sich auch bei jedem Wetter drin wohlfühlt. Die Wohle, die Ihnen Coop anbietet, kommt hauptsächlich von den Gross Spreads, einer Mischung zwischen Merino und Scherioschaf, wie man sie im grossen Stil in Argentinien und Uruguay züchtet. Nach dem Scheren und Waschen kommt die Wohle dann in solchen Wickeln, mehr seit einem Kammzug, in die Schweiz, wo sie in der Kammgarnspinnerei Bebier im Lindtal für Coop weiterverarbeitet wird. Zuerst wird der Kammzug zu einem gleichmässigen Vorgarn genischt und gestreckt. Anschliessend entsteht in der Spinnerei in verschiedenen Arbeitsgängen das eigentliche Garn. Und in der Färberei sorgen die Spezialisten dafür, dass die Wohle auch immer in der aktuellen Modenfarbe verfügbar ist. Sie sehen also, die Wohle von Coop ist angenehm zum Tragen, es gibt sie in vielen verschiedenen Modenfarben und sie ist für diese Qualität sehr preisgünstig. Nussstängeli Prussien Rigolo, die drei Vertreter aus dem grossen Biscuit-Sortiment von Arni, können Sie jetzt, neben weiteren beliebten Biscuit-Marken, bei Coop zum Aktionspreis kaufen. Seit mehr als 100 Jahren werden übrigens bei Arni Biscuit hergestellt. Mit den gleichen guten Zutaten, wie sie die Häme brauchen, heute allerdings mit Hilfe der neuesten Technik, weil man sonst die grosse Nachfrage längstens nicht mehr befriedigen könnte. Neb der Qualität und der Vielfalt stehen bei Arni immer mehr auch Ernährungsaspekte im Vordergrund. Darum hat man zum Beispiel in der Arni Versuchsbäckerei die Biscuit entwickelt. Wertvolle Rohstoffe wie Vollkornmehl und Rohzucker, Früchte und Nüsse sind dafür verantwortlich, dass man beim Geniessen von diesen Vollkorn-, Hafer- und Meerkornbiscuit so nebenbei auch gerade mit Nahrungsfasern versorgt wird, die man ja bekanntlich für die Verdauung braucht. Etwas, was die Männer jeden Tag brauchen, ist eine Rasur, die den ganz persönlichen Ansprüchen und den Feinheiten des Gesichtes gerecht wird. Bei Goppe bekommen Sie jetzt Schilett Sensor, das neue, aussergewöhnliche Rasiersystem. Die Sensorklingen sind einzeln auf hochempfindlichen Federn gelagert, tasten die Haut permanent ab und passen sich den Eigenheiten und Konturen des Gesichtes an. Mit dem Schilett Sensor Klingenspender geht das Klingenwechsel leichter und bequemer und die Klinge lässt sich nach dem Rasieren besser auswaschen. Schilett Sensor ist wirklich das Beste für alle Männer, ausser guter Essen natürlich. Wir kommen zum Goppe-Rezept dieser Woche. Guten Abend. Gemüse, Salat und Frucht gehören auch im Winter jeden Tag auf den Tisch. Auch das heutige Fitnessrezept, ein Zegediner Goulasch, richtet sich nach diesem Grundsatz. Pfanne wie immer zum Öl einsparen, auspinseln und Schweinsragoat kräftig anbraten. Eine Zwiebel mitdämpfen, zwei bis drei Knoblitzäen reinpressen und mit Kümmen, Paprika und Salz würzen. Jetzt kommt Sauerkraut dazu. Tomatenpüree und drei Deziliter Wasser zum Ablöschen. Das Gericht lässt Sie jetzt eine bis anderthalb Stunden zugedeckt nach schmoren. Je nachdem müssen Sie vielleicht noch ein bisschen Wasser dazugeben. Am Schluss einen halben Deziliter sauren Halbrahm darunter ziehen. Begleitet wird das Zegediner Goulasch von Herr Töpfelklössen und zur Vorspeise gibt es eine halbe Gräbfrei. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen noch, was Sie ab morgen bei Coop besonders günstig können gehen. Nur 29 Franken kostet die modische Damenpulli. Und sämtliche Galateigwaren sind jetzt 30 Rappen günstiger. Drei Dosen Ton Rosé in Öl kostet nur 2,90. Ein Trio Camille-Creme-Douche gibt es für nur 7,50. Das Kilo Bananen für nur 2 Franken. Und das ist das Coop-Jubiläumsangebot. 12 Liter Coop-Mineralwasser, 3 Franken günstiger für nur 3 Franken. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020